Hola hola, hier ist wieder der Klaus mit einem neuen Video aus Punta Cana. Herzlich Willkommen! Es ist heute Sonntag, wir haben ganz ganz tolles Wetter, ganz blauer Himmel, nur ein paar leichte Dekowölkchen am Himmel und ich habe es neulich schon angekündigt, es geht wieder auf Strandwanderung. Heute nach rechts ist es in der Secrets Royal Beach. Kommt mal mit! Ja, wie gesagt, es ist Sonntag und da ist es direkt ein bisschen voller hier am Strand von Los Corrales. Es sind einige dominikanische Familien übers Wochenende hergekommen und die genießen das schöne Wetter hier im warmen Meer. Ja, hier rechts das Hotel Vala Bavaro mit der wunderschönen Sky Bar oben. Dann werde ich die Tage auch mal wieder hingehen. Ja, hier liegen immer einige Schnellboote im Wasser. Kann man Boottritts wohl mieten. Auch wieder das Piratenboot, das bestimmt gleich wieder auf Partyfahrt gehen wird. Und hier auf der rechten Seite, das ist die Apartmentanlage Costa Atlantica. Das ist eine der exklusivsten, vielleicht auch die exklusivste Apartmentanlage hier am Bavaro Strand. Alles Wohnungen mit zwei bis drei Schlafzimmern, vielleicht auch hier, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall große Apartments und entsprechend teuer ist das Ganze natürlich auch. Die Anlage verfügt auch über ein Fitnessstudio, natürlich einen großen Pool und insbesondere hier diese Oceanfront Apartments, die sind natürlich richtig, richtig teuer. Dahinter liegt übrigens die brandneue Apartmentanlage Navio Los Corrales, die wurde Mitte letzten Jahres, also vor knapp einem Jahr eröffnet. Und da wohne ich dann im Juli, direkt hinter dem Costa Atlantica. Natürlich nicht annähernd so teuer, aber ich werde euch die Wohnung dann auch mal vorstellen, wenn es so weit ist. Ja, hier neben dem Costa Atlantica, das ist dann auch der Durchgang zum Strand, den ich dann nehmen werde. Daneben dann das Huracan Café, auch eine schöne kleine Strandbar. Und der Bootsanleger, wo das Piratenschiff seine Gäste aufnimmt. So, und jetzt kommen wir zur Apartmentanlage Stanza Mare. Die wird überwiegend von Italienern frequentiert und hat daneben auch nochmal ein öffentlicher Strandzugang. Und ja, das ist natürlich das, was man eigentlich nicht sehen will. Das sind Überreste von Braunalgen, die hier in den letzten Monaten angeschwemmt worden sind. Das ist nicht weggeräumt worden. Das ist natürlich nicht so schön. Aber es stinkt nicht. Sieht nur hässlich aus. Ich gehe nochmal vorne zum Wasser. Da kann man aber auch sehen, dass das Meer momentan wirklich sehr, sehr schön ist. Keine Braunalgen, was hier vorne liegt, das ist angespültes Seegras. Das ist nicht annähernd so eklig wie die Braunalgen. Das ist ganz trocken und das gab es schon immer. Ja, und direkt neben dem Stanza Mare, hier vorne am Strand, ist ein wunderschöner Beachclub. Das Via Blanca. Da war ich gestern Mittag mal und habe einen Cheeseburger gegessen. Der war sowas von lecker. Also, das kann man wirklich empfehlen. Und das Schöne ist, wenn man Selbstversorger ist und in einem Apartment wohnt, das vielleicht keine eigene Liege hat, kann man sich hier hinlegen und wenn man etwas verzehrt, kann man dort die Liegen dann auch kostenlos mitnutzen. Und schon geht es weiter. Das Shoppingcenter Plaza Artes Penal El Pirata auf der rechten Seite. Es sind immer so ein paar lästige Strandhändler oder aufdringliche Strandhändler unterwegs. Aber gut, die machen auch nur ihren Job und müssen ihr Geld verdienen. Auf jeden Fall, da ist jetzt als erstes die Beach Bar Flamingo. Sehr schöne Anlage. Auch hier kann man wieder die Liegen kostenlos nutzen, wenn man etwas verzehrt. Neben dem Flamingo, das Solis, auch eine Beach Bar, die ich schon seit 2008 war. 2008 war ich ja das erste Mal. Ich kenne, dort gibt es auch immer Barbecue. Man kann gut Kleinigkeiten essen und auch hier kostenlos die Liegen nutzen, wenn man etwas verzehrt. Jetzt nähern wir uns auch schon dem Sea Crips Royal Beach. Das hieß früher mal ganz früher Eden, dann NH Royal Beach. Und ja, zum Schluss war noch mal irgendwas anderes dazwischen. Ich weiß gar nicht mehr den Namen. Und jetzt auf jeden Fall Sea Crips Royal Beach. Und neben dem Sea Crips ist eine kleine, wirklich schöne Apartmentanlage. Schon ein bisschen älter. Da habe ich vor 6, 7, 8 Jahren, ich weiß nicht genau, mal ein Apartment gemietet. Es war auch gar nicht teuer. Einziger Nachteil, dort gibt es keine Poolanlage, die öffentlich zur Verfügung steht. Jetzt laufen wir auf die Strandhändler zu. Ja, da sind wir dann auch schon beim Sea Crips Royal Beach. So, da sind wir jetzt auch schon angekommen am wunderschönen Strand vom Sea Crips Royal Beach. Ja, das war früher mein Lieblingshotel. Da war ich auch 6 oder 7 Mal. Letztmalig im Juni letzten Jahres, da hat es mir allerdings nicht mehr so gut gefallen. Das liegt auch daran, dass das Hotel umgezogen ist vom Nachbargrundstück auf das Grundstück, wo es jetzt ist. Und hat getauscht mit dem Dreams Royal Beach, das ist das Familienhotel, das Sea Crips, das All-Inclusive Erwachsenenhotel. Und ja, also ich fand es jetzt nicht so toll. Ich würde dort nicht wieder rufen. Liegt aber auch daran, dass ich davor im Schwesterhotel in Sea Crips Cap Cana war und das ist einfach kein Ohr besser. Naja, aber ist, wie es ist. Und an dieser Stelle sage ich auch schon mal Tschüss und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.